Und die Tanja zu guter Letzt auf dem Manguito und dann auf dem Salteur. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und viel Freude bei den Bildern, wenn wir hoffentlich und haben hier im Blüten. Viel Zeit im Blüten hatten wir leider nicht, weil wir ja auch überall in den Veranstaltungen angebunden waren. Alle sind sehr aufgeregt und wir hoffen einfach, dass alles so gut klappt. Wie wir uns vorstellen können, dass Sie die Vergnügen haben. Wir weiter nehmen jetzt gleich zu Beginn der vertränglichen Ausstellung ein. Und Sissi und Franz von der Stütze werden das Ganze angemessen und hoh aus verfolgen. Nun lassen Sie sich verzaubern. Weil ich jetzt mit dem Bildchen nicht heute niederhalten wollte. Alten, Zeit, Sissi und Franz. Oh, was schön. Ja, was schön. Du bist ganz gut. Ja. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir müssen uns verabschieden mit einer kleinen Ehrenrunde und laden ein, dass zum Beginn der Ehrenrunde unsere Sissi Anja und unsere Franz Franziska den Anfang machen. Zur Ehrenrunde, Arsch! ZDF, 2020 Applaus 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 Vielen Dank.